Herzlich willkommen zurück zu Splatoon im Multiplayer-Modus. Heute wieder eine Runde Ranked. Und hoffentlich gewinnen wir die Runde, denn ich will wissen, was bei Hammer High 9,5 was danach kommt. Denn ihr seht, wir haben 9,5 erreicht und die Lobby sieht sehr gefährlich aus irgendwie. Ich hoffe, ich komme mit den guten Leuten zusammen und hoffentlich kriegen wir eine gute Map. Die Dekabahn-Station. Die haben wir im letzten Part auch immer hatten. Die Maps haben immer noch nicht gewechselt. Die wechseln ja nur alle vier Stunden. Wir haben einen Roller. Und die auch. Und Sniper haben die auch. Okay. Okay. Ah, warte. Falscher Modus. Nicht färben. Russian. Da darf ich nie... Das darf ich nie vergessen. Ich vergesse das immer zu oft. So, jetzt schnell rein. Los, schnell rein. Alle rein, alle rein. So. Alles färben, alles färben, alles färben. Hol den Roller, hol den Roller. Ah, schade. So. Sehr gut. Oh, Sniper-Guy. Du kriegst mich nicht. Nee, der ist nicht so gut, glaube ich. Nein, ich sehe nichts. Kamera, Kamera, Kamera. Ich muss mal da oben eine Rakete hinschicken. Weißt du, welche sind? So, wir haben die Herrschaft. Sehr schön. Nein, nicht gut. Ah, da kam der Roller-Typ genau auf mich drauf. Krieg den, komm. Ich vertraue auf euch. Geh mal da hoch, wo der oben sitzt. Ah, da haben sie unterbrochen. Nein, 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 nein. Oh, gut, dass Sniper so langsam sind, ey. Sniper sind echt langsam. Die müssen halt voll aufladen, damit der Schuss halt aussitzt. Da oben ist einer. Da will wieder einer rechts hin. So, schnell da hoch. Ich hab dich gesehen. Ach, gut. Mr. Awesome. Hab ich gesehen. Oh, da hat einer ein Special. Wechsel. Der hat alle gekriegt. Der hat alle gekriegt. Das gibt's nicht. Aber die Runde läuft gut. Die Runde läuft gut. Die Runde läuft gut. Wenn wir es so halten, umso besser. So, da kommt einer. Ich krieg mich... Oh Gott, der kann die Spam... Oh, nee, du kriegst deine Special hier nicht hingestellt. Ich stelle mich mal hier hin. Nein, der kommt vor... Oh, wie der sofort losrollt. Und... Und... Jawoll. Flawless Victory. Richtig gut. Richtig gut. Das haben wir gut gehalten. 500 Latte-K.O.-Sieg-Punkte. Oh, voll. Die gönnen wir uns, die 2100 Punkte. Richtig nice. Und wir kriegen jetzt einen Rangaufstieg. Sogar nicht lange dauert, die Runde. C plus. Wupp, wupp. Nice. Und Geld kriegen wir auch. Und jetzt sehen wir endlich... Also, ich mach jetzt nochmal eine Ranked-Runde. Wie sich das jetzt auswirkt. Hammerhai 10,5. Also, okay. Es geht nichts höher als Hammerhai. Dann würde mich interessieren, wie hoch das Geld getrieben werden kann. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich verstehe nicht... Ich verstehe es echt nicht, warum die letzten beiden Slots immer so lange brauchen zum Spielerbesetzen. Als ob da keiner rein will. So, nee, ich will nicht der Letzte sein. Oh, nee. Okay. Hammerhai. Das sieht gut aus, ne? Mit den Flaggen da. Mit den neuen Flaggen. Nice. So hoch war ich noch nie. Muss ich gestehen. Die Runden laufen gerade auch gut. Weil ich gute Teams habe. Das muss man ja mal sagen. Splatoon beruht immer aufs Team. Und nie auf die Einzelperson. Wenn die alle gut funktionieren und sich irgendwie alle auch zueinander porten und nicht immer irgendwo hinlaufen, wo keiner ist. Oder die auch auf die Map gucken, wo Gegner gerade irgendwie färben. Dann funktioniert das alles ganz gut. Wenn die die Raketen gezielt setzen und alles. Das ist immer super. Gibt auch Leute, die sind nur auf Kills aus und das bringt nichts. Das hält die Gegner zwar auf, aber es muss halt auch gefärbt werden. Wenn jetzt nur rumrennen und die Kills macht. Das habe ich nämlich auch schon gesehen. Bringt das leider nichts. Oh Gott. Einmal eine Granate hin. Mine. Sorry. Ja, da war meine Mine. Ach, verdammt. Ey, ich habe zwei erledigt und die dritte hat mir noch gekriegt. Auch meine Rakete war ready. Aber die konnte ich ja jetzt nicht mehr zünden. So schnell zu einem hin. Zähler angehalten. Oh, die hatten gerade Dings. Das ist nicht so geil. Aber wir müssen da... Oh. Können wir den mal kriegen, bitte? Ich hätte nicht hingehen sollen. Aber ich habe ihn gekriegt. Okay. Unser Zähler läuft. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Zu... Hier mit dem Splasher. So, wir führen. Ich muss schnell mal da hoch. Da, er hängt, er hängt, er hängt. Okay, ich muss hier hoch. So. Um zu gucken, was hier abgeht. So. Ich komme mal von hinten. Ah, da kommt er. Ah, das war der, der mich gerade gesehen hat unten. Ich habe ihn nämlich aus dem Augenblick gesehen, wie er zu mir hochgeschossen hat. Der hatte mich nämlich gesehen. Und dann, äh, kam er hoch. Ich habe es gerochen. Zähler angehalten. Nicht gut. Ein angehaltener Zähler ist kein guter Zähler. Habe ich ihn gekriegt? Ach, komm. War das der Roller? Ja, das war der Roller. Kann unser Roller... Danke. Dass unser Roller den jetzt erwischt hat, ist eine Genugtuung. So. Komm einmal runter. Oh, ich schreck mich doch nicht, Rollerguy. He is a Rollerguy. Der auch. Aber unser Zähler läuft und läuft und läuft. Der kann gerade nicht aufgehalten werden. Sieht gut aus. Oh nein, jetzt wird er aufgehalten. Nicht? Das haben... Oh, da kiebel ist krass. Muss da mal hoch. Da schießt einer. Hier kommt einer hin. Ah, da ist einer. Verdammt. Aber ich habe den Stress gemacht und abgelenkt. Okay. Ich glaube... Unser Zähler ist angehalten. Das ist nicht gut. Und deren Zähler läuft. Hinter mir. Uh. Kann der Rollertyp mal wieder aufhören, uns da ständig zu killen? Das ist gut, wie er das macht. Das ist richtig gut. Er hat das ganze Team gerade ausgelöscht. Nicht gut. Aber das war ein dummer Sprung, den er da gemacht hat, das Verlege. Ah, war gar nicht dumm. Da ist so ein Sprung gegangen. Ja, natürlich. Bin vorgegangen, um euch durchzulassen. Ey, Jungs. Der kann jetzt nicht gewinnen. Danke. Einer ist in der Mitte vorgeprescht. Zu ihm, zu ihm, zu ihm, zu ihm. Oder zu ihm. Noch besser. So, da muss ich schnell hochkommen. Ich hochkommen. Oh. Ha. Beide gestorben. Wenigstens etwas. Unser Zähler muss... Oh, unser Zähler muss so lange laufen. Das ist, glaube ich, die Zeit, die der Zähler angehalten ist. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Muss hier lang. Hauptweg kontrollieren die, ja? Ja, natürlich. Kommst du hier lang. Ist das dein Ernst? So nicht, Freundchen. Oh nein, warte mal. Oh, warte, den hole ich mit. Nee, aber die habe ich noch gezündet, Freunde. Sie ist jetzt angehalten. Es liegt an meinen Leuten, das zu retten. Wieso, es läuft ja... Zähler sind schon wieder weiter. Danke. Mit Scheiß. Und wieder, danke. Oh nein. Nein. Ah, verdammt. Ich habe ihn die ganze Zeit im Auge gehabt. So, dass er mir schon weht hat, förmlich. Oh, bitte stirbt mich, zu dem ich nicht gerade zorten will. Okay. Das ist immer doof, wenn man sich zu einem Porten will, die gerne sterben. Es gibt es nicht. Ich kriege ihn gerade nicht angezielt, also anvisiert. Bitte nicht alle sterben da vorne. Das ist immer schlecht. Ich hoffe, das wisst ihr. Ich hoffe, dass der Timer läuft, ne? Ey. Herrschaft erlangt. Halten, 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 halten. Bitte, bitte, bitte. Zähler angehalten. Ist es immer. Fall immer durchs Gitter. Laufs Gitter. Wieder hoch. Obwohl, ich will nicht hoch. Scheiße erlangt hier. Wie hat der meinen Roller-Typ? Ach, von hinten. Wir gewinnen, wir gewinnen, aber wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen. Wir gewinnen, wir haben noch mehr Punkte. Komm schon. Ich will einfach nur die Herrschaft nochmal. Was ist das für eine? Achso, das ist der Timer. Wir haben uns, glaube ich, nochmal errungen. Und gewonnen. Ich kann mir noch keine Losts hier, keine Verluste leisten. 2000 Punkte wieder. Das ist so gut. 7, 14. Oh Gott, ich bin oft gestorben. 10, 10. Oh ne, 12 kriegt man jetzt nur noch. Okay, das wird echt immer weniger. Oh, eine gute Runde noch und wir leben noch Stufe 15. Was richtig schnell geht, das wäre im Standardkampf nicht so gut geworden. 11,5 Hamai. Ich werde mir gleich nach der Runde die Cola abholen. Und ich hoffe, dass wir die Runde gewinnen. Und dann sehen wir, wie viel Kohle wir bei 12,5 Hamai kriegen. Von der Katze. Wir haben jetzt 24.000 Münzen wieder. Läuft. Also ich mag die Rankämpfe. Das ist mal was anderes auch. Das ist auch spannend. Also man sieht halt auch gerade, wie es steht. Hat man ja bei Färber alles ein. Nur ungefähr auf dem Gamepad. Aber das hat man nicht immer im Blick. Man sieht es so ungefähr. Man sieht aber die einzelnen Prozente nicht. Und so hat man genaue Werte, wie knapp es gerade ist. Oder was gerade abgeht. Auch im Arovanacenter. Ja, dann wissen wir ja wohl, wie wir da rumhängen werden. Ich glaube, das Team kennt die Strategie noch nicht, dass ich die Rakete da gerne hochknall. Okay. Attacke. Am geilsten funktioniert das hier, wenn einer losspringt und die anderen schon mal färben und der andere in der Farbe landet. Das ist eigentlich das Beste. Ich glaube, die haben das gerade ganz gut gemacht hier. So, und jetzt haben wir hier. Die sind die Ersten. Oh, da kommen sie schon von der Seite. Ja, sag ich doch. Da hat er Granate mich erwischt. Bin aber dafür, dass wir Gegnerische herrschaften. Wir, habe ich gesagt. Nicht die Gegner. Geh vor, ich geh vor, ich geh vor. Lass mich vor. Oh, das war nice. Nice gedodged. Oh, da war einer. Nein, ich habe es doch gehört, dass da einer ist. Ist das unsere Bombe? Ich hoffe. Weil es sieht gerade nicht gut aus. Team hält das gerade richtig krass. Nein, ich habe nicht gesehen. So, und jetzt ist es halt fern, 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 fern. So, im Sinne ist es das Stopp. Danke. Meine Rakete rein. Nein, da kam einer mit Super-Titan. Der hilft auch leider meine Granate nicht. Aber wir haben es erst mal übernommen. Oh, einer ist noch da schnell hin. Ich überlebe. Überlebe, ich kann dir helfen. Weg. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Alter, folter. So, bitte stirb mal, Roller-Typ. Oh, dass da ein Übergang ist, da muss ich mich dran gewöhnen. Das ist auf der normalen Multiplayer-Map nämlich nicht. Junge, was machst du da hinten? Ich beurte mich trotzdem zu dir, weil du bist gerade in einer guten Position. Von hinten ist immer gut. Ja, sag ich doch, von hinten ist immer gut. Damit rechnen wir mich nicht. Können wir die bitte töten jetzt? Die sind da alle hingesprungen. Das hat die echt ein bisschen überrascht. Zieleangal. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Über den mal wieder kriegen da. Danke. Jetzt ist hier wahrscheinlich einer. So, hier kommt keiner. Kirchnerische Herrschaft. Ich drehe am Rad. Was solltet ihr? Der war nice. Der kam gut hoch. Aber mein Kollege hat gerade alles. Könnt ihr jetzt bitte färben? Die sind alle tot. Alle tot. Färben, 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 färben. Aufhalten. Aufhalten. Jungs, aufhalten. Färben doch. Mach den Sprinker kaputt, Mann. Ach, Leute. Manchmal. So, manchmal, ne? So. So. Das ist unseres hier. Oh Gott. Da muss ich jetzt runtergehen. Oh, da kommt einer. Super. Oh, hinter mir ist einer. So, hauen wir auch nochmal einer rein. Bloß nicht auf die Idee kommen. Kommt einer? Ja, da kommt einer. Verdammte Kraken. Ich hab das auch zu spät gecheckt. Ich hab das zu spät realisiert. Aber läuft gerade bei uns. Oh, fuck. Okay, nice. Da oben ist auch einer. Ach so. Ah, beide? Beide. Oh, das ist immer. Ihren Zierler läuft aber gerade, Jungs. Ihr müsst was tun. Kann nicht sein, dass ich mich mehr opfer. Geil. Hab mich nicht gesehen. Herrschaft. Und Roller, 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 Roller. Nice. Weg, 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 weg. Oh, fern, 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 fern. Eine Rakete hier rein. Kann ich schaden? Okay, wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo kommen sie? Da kommen sie. Okay. Zierler angehalten. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Komm schon. Noch eine Minute. Wir schaffen das. Spannung. Dass die auch so gut hochschießen können immer. Ist der runtergefallen? Jawohl. Hahaha. Genugtuung. Karma, nimm ich das mal. Wir müssen es eigentlich nur halten, aber trotzdem. Oh, der kommt da runter. Ich benutze meine Minen auch zu wenig. Ich bin ehrlich. Also. Kleiner. Alter. Pass auf, der kommt hier hoch. Oh. Ich wüsste es doch. Jetzt gerade läuft's nicht so geil. Bitte nicht sterben, letzter Typ. Ey, bin ich jetzt echt in der Granate reingefallen? Ist es denn wahr? Ich will da hin. Komm. Ist die jetzt kaputt? Oh nein. Nein, 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 nein. Ja, zeige ich mich. Geil. Die gewinnen. Nein, die gewinnen. Nein. Nein. Oh. Das ist ungefähr das zweite oder dritte Rankmatch, das ich verliere. Nein. Mein Hammerhai. Egal. Egal, wir wollen es trotzdem Kohle haben. 10, 12. 10, 10, 10. Ja. Alle 10 mal gestorben, mindestens. Minus 10. Das tut weh. Ihr seht, 0 Punkte und minus 10. Also wenn man verliert, kriegt man echt noch ins Gesicht getreten. Aber das sind Rankkämpfe. Das gehört sich so. Okay, aber ich habe ja sonst gewonnen. Da kann man einen Kampf mal verkraften. Wir sind jetzt bei Hammerhai 10. Das hatte ich auch noch nicht. Okay. Uh, warum ist denn hier keiner? Spawn die jetzt erst? Ah, die spawnen jetzt erst. Alles klar. Gut. Zeig mal, was du an Kohle gibst. Schnur Hammerhai. Okay, es geht wohl nur bis 1400. Gut, haben wir uns halt 1400 Münzen abgeholt. Gut, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal zu Splatoon im Multiplayer. Und hier könnt ihr übrigens, ähm, Splitschirm spielen. Aber auch nur auf dem Gamepad. Ich glaube nicht auf dem großen Bildschirm. Gut, bis zum nächsten Mal. Oh, die Musik gerade so. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und, äh, Daumen hoch nicht vergessen, ne? Tschüss. Und, äh, Daumen hoch nicht vergessen, 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 äh, Daumen hoch nicht vergessen.